Das 0-4 in der verbotenen Stadt war auch ziemlich geil, weißt du? Da bist du mit so einem Corona aus dem Stadion gegangen. Leck mich am Arsch. Was geht ab Leute? Willkommen zu deinem Stadion-Vlog. Heute spielt der FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn. Wir sind im Stadion. Angelo und ich machen uns hier auch schon auf dem Weg. Checkt ihn gerne ab. Ich habe mir nämlich einen neuen YouTube-Kanal erstellt. Dort kommen jetzt meine Videos. Wer hier neu ist, auf diesem Kanal kommen immer Fußball-Videos. Ich lade dort meine TikToks hoch und Stadion-Vlogs. Deswegen könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Checkt auf jeden Fall auch meinen TikTok-Account ab. Wenn ihr Fußball interessiert seid, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Wir stehen vor dem 10K und machen uns jetzt auf den Weg nach Gelsenkirchen. Das war mein erstes Mal auf Schalke. Ich bin ehrlich sehr gespannt. Angelo, willst du direkt mal einen Tipp raushauen? Ich hoffe natürlich auf ein spannendes Spiel. Wir als neutrale Zuschauer. Also auf jeden Fall ich. Ich bin nicht neutral. Ich bin für Schalke. Bei Düsseldorfer dagegen ist es ein privates Problem. Persönlich deswegen. Grüße gegen Raus an Adrian. Ich bin Paderborn-Fan. Natürlich verkaufe ich meine Playstation für den Verein. Ich glaube beide brauchen die Punkte. Ich hoffe es wird ein offensives Spiel. Ich glaube aber dennoch, dass sich Paderborn tatsächlich durchsetzt. Ich glaube es wird ein 3 zu 2. Ja, ich bin da für Schalke. Ein besser Freund von mir war damals Schalke-Fan. Mit Schalke war ich ein bisschen groß geworden. Also Schalke war schon immer da. Und ja, ich bin Düsseldorf-Fan. Er ist Leverkusen-Fan. Düsseldorf gestern gegen Hamburg gewonnen. Und ja, wir haben nämlich einen Kumpel oder wir haben einen Kumpel, der ist Paderborn-Fan. Und da wird heute ordentlich Auge gelegt, dass Paderborn verliert. Denn wenn Paderborn verliert, steht Düsseldorf über Paderborn in der Tabelle. Und ja, er hat gegen Düsseldorf die letzten Tage sehr gestichelt. Deswegen hoffen wir, dass Schalke dieses Spiel gewinnt. Und ich habe wirklich richtig Bock auf Schalke mein erstes Mal. Wir werden auch ein kleines Interview machen vor dem Stadion. Dazu gibt es dann ein separates Video. Könnt ihr gerne abchecken hier bei YouTube und bei TikTok. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir an der Veltins Arena sind. So Leute, wir sind jetzt am Stadion angekommen. Wir sind hier einmal auf dem Parkplatz. Hier seht ihr das Ganze. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Stadion. Anreise war eigentlich ganz okay. Viel Stau, aber ist ja normal. Welche sind denn Ihre Top-3-Lieblingsspieler von Schalke? Aktuell Terodde, Müller und Kabaday. Welcher war Ihr schönster Moment als Schalke-Fan? Das war jetzt vor zwei Jahren der Aufstieg gegen St. Pauli. Und welchen Tabellenplatz werden Sie am Ende der Saison belegen? Da sage ich mal Platz 8. Oh, das ist ein gewagter Tipp. Dann hoffen wir natürlich auf einen Heimensieg heute. Ja, hoffe ich auch. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. So, wir gehen jetzt hier zum Stadion. Da seht ihr das Ganze. Ich habe mir hier noch so einen Schalke-Nürnberg-Schal geholt, weil ich eh Schal sammle. Und so eine Fanfreundschaft-Schal ist immer ganz cool. Ja, 13 Euro geht eigentlich voll fit. Cooler Schal. Was sind denn deine Top-3-Lieblingsspieler von Schalke? Meine Top-3-Lieblingsspieler? Ja, da gehe ich immer nach Kampf natürlich. So muss es sein. Und deswegen steht Terodde auf jeden Fall an erster Stelle. Marius Müller ist natürlich immer einer, der alles immer gibt hinten. Und Lino Tempelmann gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, dass er auf jeden Fall wieder mehr Einsatzzeiten kriegt. Und was war denn dein schönster Moment bis jetzt als Schalke-Fan? Wow. Mein schönster Moment. Also ich gehe seitdem ich denken kann ins Stadion mit Vater und Opa. Aber für mein persönlicher Moment war tatsächlich vor zwei Jahren, als ich als Schalke aufgestiegen ist gegen Pauli, weil ich einfach selbst auf dem Rasen war. Aber das war geil. Geil, geil. Und welcher Tabellenplatz werdet ihr am Ende sein? Was denkst du? Ich hoffe, dass wir uns irgendwie nachher im gesicherten Mittelfeld irgendwie wieder einpendeln können und dann im Sommer vielleicht nochmal einmal überdenken, was man da gemacht hat und dann vielleicht zu den richtigen Entschlüssen kommen. Und dass wir dann, wie gesagt, so acht bis zehn wäre cool und dann nächstes Jahr wieder angreifen und dann Liga 1. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir. Danke. Was sind denn deine Top-3-Lieblingsspieler von Schalke 04? Lieblingsspieler würde ich sagen Karamann auf jeden Fall. Keke Top natürlich. Die einzige Hoffnung, die wir vielleicht so haben. Und Marius Müller würde ich auf jeden Fall auch mit reinpacken. Und was war denn bis jetzt dein schönster Moment als Schalke-Fan? Schönster Moment würde ich gerade sagen. Ich war beim Aufstiegsspiel Platzsturm gegen Pauli hier vor zwei Jahren. Das hätte ich gesagt, das ist ein schönster Moment. Und welcher Tabellenplatz werdet ihr am Ende der Saison? Hoffen wir mal auf den 11. vielleicht oder den 12. Dann kriegen wir noch ein paar mehr TV-Gelder. Aber ich befürchte, alles außer Abstieg passt. Ja, dann danke dir auf jeden Fall. Ja, kein Ding. Danke dir und viel Glück heute. Welche sind denn deine Top-3-Lieblingsspieler von Schalke? Ganz klar. Pass auf. Seid ihr so aus der Laune versenkt? Nummer eins, Peter Senschat. Bin ich mit aufgewachsen. Grandioser Typ. Peter Senschat. Punkt Nummer eins. Nummer zwei. Ah, muss ich doppeln. Olaf Thun auf jeden Fall und Ingo Anderbrücke. Punkt Nummer drei, er besandt. Und welcher war denn dein schönster Moment bis jetzt als Schalke-Fan? Mein schönster Moment? Tatsächlich der Aufstieg vor anderthalb Jahren mit meinem Papa gegen St. Pauli hier in der Arena. Allerdings auch das 0-4 in der verbotenen Stadt war auch ziemlich geil. Weißt du? Da bist du mit Sonnenkuchen aus dem Stadion gegangen. Lenk mich am Arsch. Also wenn ich jetzt dran denke, ist das doch eigentlich auch ein ziemlich geiler Moment. Das ist ein Podyspiel hat bis jetzt jeder genannt. Wir haben fünf Leute, deshalb bis jetzt den Aufstieg. Ja, ich glaube, hier Alfred Hitchcock hätte es nicht besser schreiben können, dieses Drehbuch. Ich meine, du liest irgendwie 0-2 zurück zur Halbzeit. Alles ist am Signieren designiert, am Umherlaufen. Literweise B in sich hinein schüttend und Kopfschütteln irgendwie vom Pissoir stehend. Ja, und dann die zweite Halbzeit. Das Tor von Salazar läuft immer noch im Kopf ab. Unter die Latte genagelt. Unter die Latte genagelt. Er hätte es auch nicht anders schießen können. Ein Zentimeter tiefer wäre der Torwart dran gewesen. Ein Zentimeter höher wäre er an der Latte knallt. Er durfte nur so geschossen werden. Ja, und dann war natürlich bahnbrechendes, brutales, brachiales Auseinanderstreben irgendwie auf den Regen. Leck mich am Arsch. Aber wenn ich jetzt dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut. Geil, geil. Und was denkst du, welcher Platz werdet ihr am Ende der Saison? Im Prinzip ist die Saison eigentlich schon durch. Du musst irgendwie über dem Strich bleiben. Und ich sag mal, wenn es der Platz 14 ist, ist es der Platz 14. Hauptsache über dem Strich. Alles andere ist mir aktuell auch egal. Wir dürften glaube ich auch jetzt, naja, jetzt kommen die ersten wahrscheinlich auch wieder irgendwie, ja, nur noch neun Punkte bis Hamburg. Ja, ich glaube, das ist so die gefühlte Schalke-Mentalität. Aber über dem Strich bleiben diese Saison. Und dann nächste Saison neu angreifen. Wir haben jetzt eben Videos aufgenommen. Schalke Lennert hat auch mitgemacht. Guck mal hier, Angelo hat sogar ein Bild mit ihm gemacht. Ah, Legende. Der ist ja schlachtig. Ja, wir gehen jetzt hier in den Stadion. Und dann gehen wir auf unsere Plätze. Wir haben noch circa eine Stunde bis es losgeht. Aber bis jetzt ist wirklich richtig geil. Und die Umgebung von der Arena ist auch cool. Ähm, ja, mal hoffen. Bin mich mal gespannt. Es waren bis jetzt alle sehr korrekt. Wir haben 20 Leute gefragt. Wir hatten zwischendurch richtig Pech. Haben 15 Leute Nein gesagt. Aber dann viel hintereinander. Also passt das alles. Schalke Lennert, Junge. Legende. Wir sind jetzt hier an der Theke. Wir haben uns was zu essen. So eine Bratwurst. Ich bin nicht im Puff. Wir holen uns jetzt erstmal eine Bratwurst hier. Und dann gibt es direkt mal einen Bratwursttest. Denn die beste Bratwurst gibt es wo? Wo gibt es die beste? In Leverkusen. Nein, 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 nein. So, jetzt gibt es den ultimativen Bratwursttest. Boah, aber guck mal. Man bekommt nur Sensor auf der Tube. Das ist ja wirklich kein Pedal. Leverkusener testet die Bratwurst auf Schalke. Also sie sieht eigentlich ganz gut aus, die Wurst. Wenn man sie sich mal anschaut. Ja. So, teste das mal. Ich bin ja auch Angelo der Bratwursttester. Mit Würsten kennt er sich aus. Auf schönen Samstag. Vormittag. Samstag Mittag. Bereits nur die Sonne scheint. Ein Bratwurstchen mit einer Cola gleich noch. Ranking 1 bis 10. Machen wir mal eine gute 7,5. 7,5. So, jetzt test ich den ganzen Apparat. Bin echt sehr gespannt. Ja. Mh. 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 Eine der besten Bratwürsten. Bratwürste, keine Ahnung. Mh. 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 Die ist echt gut. 9 von 10. Mh. 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 Das Brötchen testen wir noch. Aber ich hatte hier schön diese Würze drin. Das Brötchen. Ja Brötchen ist okay. Aber. Ja gut. 1 von 10. Wir gehen jetzt ins Stadion. Und ihr seht jetzt meinen ersten Blick. Der erste Blick ins Stadion. Das sind jetzt unsere Plätze. Hier oben sitzen wir. Das ist schon eine sehr, sehr geile Perspektive. Angelo, was sagst du zu Plätzen? Boah, sehr, sehr geil muss man sagen. Das wird glaube ich ein gutes Spiel. Da hinten sind die Paderborn-Fans. Mein Zoom ist leider von der Kamera kaputt. Deswegen musste ich im Programm reinzoomen. Ja, da Paderborn-Fans. Und da hört man auch schon die Schalke. Wir gehen jetzt in die Mannschaftsaufstellung zum ganzen Klotz. Wir gehen vor der ganzen Welt. Das FC Stadion. Oh yeah. Es beginnt im Tor. Die 32. Mario. Oh yeah. Die 2 von der Verlangen. Tomas. Oh yeah. Die 3 von der 3. Mit dem Nummer 5. Derichor. Mit der Nummer 6. Ron. Und die 7. Paul. Die 3. Aber ihr von Anfang an die 9. Simon. Die neue. Brian. 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 Auch mit der 17. Yusuf. Brian. Mit der Nummer 19. Tina. Kurt Lappmann. Und mit der 1. 2. Brandon. Bobby. Die 6. 2. Und mit der 2. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 10. 8. Ich habe bis jetzt 20 Minuten gespielt. Oh, die Schalke-Fans legen gerade los, warte mal. Da sind ja die Schalker. Paderborn hatte eine gute Chance, aber sonst pendelt das Spiel so ein bisschen. Da gab es nur für Paderborn diese eine wirklich gute Chance. Schalke-Pöhl ein bisschen drauf. Aber sonst gibt es nichts wirklich Besonderes. Aber die kämpfen mal wirklich, das merkt man. Das ist auch sehr geil. Oh, warte mal. Boah, dass ich hier wirklich... Warte mal. Boah! Caravan! Ja! Elfmeter! 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 Jawoll! Elfmeter für Schalke! Elfmeter für Schalke! Elfmeter für Schalke! Elfmeter für Schalke! Und Caravan, ex-Düsseldorfer, Junge! Ich wollte einmal dieses Kolbe von Schalke live im Stadion sehen. Keman, Caravan, ex-Düsseldorfer, Junge! Elfmeter für Schalke! 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 Komm schon, Caravan, Junge! Elfmeter für Schalke! All in der fiber enam... Jetzt wird's ganz toll! Leider, Takara und Skoglujo, let's go, geil, geil. Die 32. Spielbüte. Tor für Schalke. Herr VfB darf und er netzt ein, sozusagen. Torschütze mit der Nummer 19, Trainer. Tor für Schalke. Tor für Schalke. Tor für Schalke. Sehr geil, Alter. 1-0 für Schalke. Geil, Mann. Ist auch wichtig für die Fortuna, ne? Damit Badabow uns da nicht an den Fersen klebt, wisst ihr? Die zweite Halbzeit geht jetzt weiter. Schalke schießt Richtung Nordkurve. Heißboot-Fiebbar. Wir hoffen auf heute, dass wir zu der ganze Zeit mehr Highlights mehr kriegen. Aber Sieg für Schalke. Sieg für Schalke. Komm, lass mal! Jaaaa! 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 Ja, Junge! Geil, geil! Geil, Junge! Jawoll! Geil! Let's go! So wichtig! 2-0! Eben habe ich ihn noch kritisiert und jetzt macht er das Tor. Zieht euch dieses Tor rein. Jawohl! Tor für die Mannschaft! Tor für Schapke! Ja, ok. Ja, weg damit! Weg mit der Scheiße! Oh mein Gott! Er macht das Tor! Oh mein Gott, was ein... Scheiß! War schon ein heftiges Tor, muss man sagen. Nur noch 2 zu 1. Und die nächste Chance in Paderborn direkt. Paderborn wird stärker, ja. Ja. Was hab ich gesagt, 3-Zeit Paderborn, ne? Boah, bitte nicht, Alter. Jawohl! So, wechselt bei Schalke 04. Und guckt euch an, wer reinkommt. Henning Matriciani! Matriciani, Junge! Boah! Boah! Wir haben schon 71 Minute. Schalke fährt immer noch 2 zu 1. Aber jetzt ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die erste Halbzeit war langweilig. Aber die zweite Halbzeit ist Feuer drin. Also, das gefällt mir, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Finde mehr Offensivaktion von beiden Mannschaften. Ja, wir werden noch 20 für knackige Minuten auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. 61.475. Ausverkauf. Zwei Kligaspiel. Auf jeden Fall, alle Jumper. Ja, ich schlag. Die Chance für Paderborn. Boah! Elfmeter! Elfmeter! Was? Elfmeter! Elfmeter für Paderborn, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat so vors entschieden. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, so knapp wieder! Ey, Mann, Alter! So ne Scheiße aber auch. Zweikampf! Leck mich am Arsch! Boah! Ey, das Spiel, das Ende ist! Das Spiel ist aber sowas von entspannt, ey. Was machen die? Digga, das kannst du doch keinem erzählen. Es ist so ne Scheiße! Ey, auch sowas von bodenlos verteidigt von Schalke, ey. Also ohne angeben zu wollen. Aber ich hab 3-2 getan. Ey, guck mal. So ne Kacke, ey. Jetzt freut er sich denn wieder einen ab, ey. Komm. Wir fühlen sich nur noch mal. Schü- Wow, was macht der? Ja! 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 Kacke schon! Jage! Schü! Zullinow! Ja! Wow! Das Spiel ist vorbei. 3 zu 3. Und ich fahre nach Hause mit so einem Lächeln in meiner Bühne, denn Fortuna Düsseldorf steht über Paderborn. Ich hatte auch Spaß. Geiles Spiel. Was sagst du, Angelo? Ja, erste Halbzeit war richtig schwach, richtig langweilig bis auf der 1 Meter. Aber zweite Halbzeit, ein 5,5 Minuten. Absolut geil gewesen. Auf kranke Tore. Geiles Spiel. Die Schalker gehen nach Hause. Ich habe mir noch eine Cola gegönnt, da muss ich mir noch ein Bier holen, weil ich so ein Becher will. Angelo hat sich auch noch was gegönnt. Das Spiel. Ja, aber ein Keke, Top 89 oder 90. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Auto und ich gebe mir hier mein Bier. Ah, geil. So, wir sitzen jetzt im Auto, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Angelo ist ja auch am Start. Krankes Spiel, ey. Also, ich bin am Ende so ausgerastet, weil Fortuna Düsseldorf dadurch ja Platz 4 geworden ist. Deswegen bin ich auch so ausgerastet im Tor, weil das unser Platz 4 war. Wir haben nämlich einen Kumpel, der ist Paderborn-Fan, der hat die letzte Zeit wirklich sehr, sehr oft gegen Paderborn, äh, gegen Düsseldorf gestichelt. Und es war einfach so erlösen, jetzt Düsseldorf über Paderborn zu sehen. Ich denke mir, ihr kennt sie alle. Ihr habt bestimmt alle irgendeinen Freund, der da immer am Sticheln ist und dann, boah. Ja, ich kenne Schalke natürlich auch, dass sie das Tor gemacht haben, ne. Krankes Spiel. Und ja, Düsseldorf zum Glück geht jetzt auf Platz 4. Wir attackieren oben, vielleicht steigen wir ja sogar auf. Platz 3 ist nur einen Punkt entfernt, Kiel leider gewonnen. Aber sonst krankes Spiel. Angelo, willst du noch was zum Spiel sagen? Ja, wie gesagt, erste Halbzeit war wirklich nicht gut, zweite Halbzeit dann, äh, um Welten besser. Und das zeigt dann halt auch die Qualität der zweiten Liga. Und, äh, ja. Einfach ein super, super Spiel in der zweiten Halbzeit. Ja, Schalke hätte gewinnen können und, ähm, Paderborn hätte gewinnen können im Großen und Ganzen dann ein gerechtes 3 zu 3. Ja, finde ich auch. Wie hat euch das Spiel gefallen? Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen. Abonniert gerne, liked, um nichts zu verpassen. Und der nächste Stadionvlog wird dann auch irgendwann kommen. Mal gucken, welche Mannschaft. Ihr könnt natürlich gerne abonnieren. Das ist ein Fußball-Kanal hier. Deswegen Tiktok nochmal eingeblendet. Checkt natürlich auch bei Angelo ab. Alles ab, ist und alles verlinkt. Haut rein, schreibt eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und ciao! 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 Ciao!